Willst du die coolen Jungs von C2LP mal live erleben? Ja? Dann hast du nun die Chance dazu. Denn am 17. Mai 2014 ab 16 Uhr und mit einer Pühlschau ab 15.30 Uhr veranstalten wir einen Livestream. Genau richtig gehört. Livestream! Das heißt, wir spielen live mit euch oder für euch Spiele. Was gespielt wird? Sagen wir euch noch nicht. Auf jeden Fall gibt es viel Action bei den Jungs von C2LP. Sei dabei und erlebe mit anderen coolen Leuten und uns einen tollen Abend. Sendet uns eure Spielvorschläge, egal welche. Wir freuen uns auf dich. Ja, und nach diesem verkackten Ding davon eben... Das war übrigens das Intro, bzw. der Trailer. Kein Trailer-Intro. Für den Trailer war es zu schlecht. Kommen wir nun... Oh, zu den Informationen... Am 17. Mai im Kino. Dies allgemein gibt jetzt, dass das vielleicht eben gerade etwas zu schnell war. Unser Titel ist ja sowieso bei unseren YouTube-Videos falsch. Deswegen könnt ihr das halt ja nicht übersetzen. Nun ja. Ihr habt es ja eben schon komischerweise gehört. Denn am 17. Mai 2015 veranstalten wir einen Livestream. Ab 16 Uhr das Ganze... Ich habe ja mal gesagt, also bis 18 Uhr... Ich habe ja mal gesagt, wir werden eventuell ja mal die ganzen Ausfälle und so, alles so als ein paar Sekunden-Dinger hinzufügen. Ich würde das in Grenzen machen. Ich nehme das zurück. Ich glaube, im Mai ist so viel ausgefallen. Im April und Mai, ich glaube, wenn man das zusammenzählen würde, wären das, glaube ich, vier Stunden. Egal, das ist ja nicht das Thema. Denk mal, bei einem Ausfall oder so würden wir zwei Minuten dranhängen, wären trotzdem fast zwei Stunden... Naja, Freeshow gibt es wie immer ab 15.30 Uhr spätestens. Also wir werden versuchen, auch schon früher, für die fleißigen Zuschauer. Ich möchte gerne wissen, wie viele Leute eigentlich vor 15.30 Uhr auch dabei sind. Mit wichtigen Informationen übrigens. Deshalb lohnt es sich... Sehr wichtig, auch mit Live-Zurchschaltung, während es wieder aus Klo geht. Nee, das muss ich mir... Der Erzähl-Din nicht dabei waren. Da musste ich noch auf Klo und er hat einfach live reingeschaltet in die Pre-Show, aber ich kam vor dem Klo zurück, dachte er, warum spricht er denn da? Ja, ich habe ihm dann gesagt, nee, wir schalten jetzt nicht rein, das haben wir eben schon. Naja, egal. Ich habe halt abgeseilt. Auf jeden Fall. Ja, es sollte... Ich weiß nicht, es ist schon so lange her, weil ich weiß nicht... Die Pre-Show hat funktioniert. Der Countdown hat... einigermaßen funktioniert. Die Pre-Shows, die Vor-Videos, haben funktioniert. Die werden wir noch bearbeiten, da gibt es auch noch einige. Und hoffen wir natürlich, wenn wir wieder Minecraft zocken, ich denke, das ist ja jetzt kein Geheimnis, wird das hoffentlich funktionieren. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Wenn nicht, kacken wir das Spiel zusammen. Was heißt denn jetzt diese Geste? Willst du ein... Ja, komm, jetzt, wir hoffen natürlich, ihr seid dabei. Am 17.05., wie schon gesagt, 17.05., schreibt es in die Com... Äh, äh... In die Kommentare. Schreibt es auch in die Kommentare. Am besten für die Leute, die nichts hören können. Und die Übersetzung bringt ja sowieso... Äh, die, ähm... Die... Der Untertitel bringt ja sowieso nichts. Google-Übersetzung. Schreibt für die... Gehörlösen... Äh, Gehörlösen. Die Toten. Gehörlösen. Ähm... Schreibt es dafür... Für die auf jeden Fall in die Kommentare. Aber seid auf jeden Fall dabei. Wir wollen mindestens 500 Zuschauer. Für die Leute, die jetzt denken... Wir haben den 8. Mai. Und... Der, äh, der Live-Team da ist ja am 17. Neun Tage. Ja, da denkt ihr euch jetzt auch, warum ist das neun Tage früher? Ja, sonst war es immer zwei Tage früher. Wir dachten einfach mal so als Abkündigung. Ich denke mal, jeder ist einmal pro Woche bei YouTube, bei uns, was, was immer. Deswegen, ja, es gibt auch noch eine kleine, dann... Ja, kleines Infovideo, so zwei, drei Tage vorher. Für die Leute, die es noch nicht geschaut haben. Aber, naja, seht ihr dann alles selbst. Von mir eben, das war übrigens Eisene. Also, Ironie. Also, Iron ist ja Eisen. Und, ähm... Ähm... I, äh... Eisene. Wenn ich kenne den Sound einspielen, ist... Oh... Oh... Ja, okay, wir sagen bis dahin. Und schaut euch alle unsere Folge an. Wir wollen klicks... Klicksgeil, äh... Klicksgeil, genau. Ähm, wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Entschuldigung. Eure Jungs, Mann. Kein Problem. Äh, SituLP denkt 17er Mai. Ja, wir lieben euch. Bist du die coolen Jungs von SituLPM? Mann. Das kommt aber nicht in die Augen. Ja... Dann hast du nur ne Chance dazu. Denn am 17. Mai 2014 ab 16 Uhr mit der Pyshow ab... Keine Ahnung wann. Ähm, gibt es... Scheiße. Nein, es gibt kein... Denn am 17. Mai 2014 ab 16 Uhr und mit einer Pyshow ab 15.30 Uhr veranstalten wir einen Livestream. Genau richtig gehört. Livestream. Das heißt, wir spielen live mit euch oder für euch Spiele. Nein. Du hast doch gesagt, ich soll nein sagen. Das heißt, wir spielen live mit euch oder für euch Spiele. Was gespielt wird? Sagen wir euch noch nicht. Was war das? Ja, nein, das müssen wir bleiben. Sagen wir euch noch nicht. Warum lachst du jetzt? Willst du sagen? Entschuldigung. Outtick. Ja, super. Yeah, hui. Ja. Sagen wir euch noch nicht. Auf jeden Fall gibt es viel Action bei den Jungs von... Zero. Nice. Wie heißen wir? Wie schreibst du es so laut? Du weißt doch wohl, wie wir heißen. Ja, ich bin klar. Ja. Ja. Wie heißen wir? Wie heißen wir? Wieか Quelle? j